Ich habe vor knapp einem Jahr meine Segel im hohen Norden in Kiel abgebrochen und meinen Anker in der Verbandsgemeinde nach Städten in Mielen neu gesetzt. Als ich vor knapp zwei Jahren das erste Mal hier war, habe ich mich direkt in die Leute verliebt, in die Landschaft verliebt. Es ist alles ein bisschen entschleunigter hier. Wenn ich aber mal wieder ein bisschen Wind in den Segeln haben will, dann bin ich ruckzuck in Mainz, Wiesbaden oder Koblenz. Alles in allem gefällt es mir hier super. Die Leute sind nicht mehr so kühl, wie ich es gewohnt bin oben, sind super freundlich, hilfsbereit. Ja, mein Anker ist gesetzt und hier wird er auch bleiben.